Ganz hinten ist er. Das ist ganz aufgeregt, der Typ. So, wie gefällt dir das, ha? 20 Gegner, die hier langfahren. Mindestens. Schon unseren ersten Weg. Mindestens. Oh mein Gott, das Vierer ist so eine schlechte Idee. Mein Gott. Das Vierer war so eine schlechte Idee jetzt gerade. Was macht der denn da hinten? Was macht der denn da hinten? Was macht der denn da hinten? Oh mein Gott. Kommt das nur bei dir so verzögert drüber? Wie meinst du denn verzögert, Surinth? Wie meinst du denn das? Beschreibe verzögert. Beschreibe verzögert. Der kann sich eigentlich nicht haien, wenn der da in dem Wasser ist. Wie das ist? Was hat ja gut ist. ...? Wie ist das? Das war's für heute. Der hat eine Flash geworfen. Okay. Alles klar. Ich glaube, der hat auch kein Benzin mehr. Deswegen ist er wahrscheinlich gelaufen. Wir haben ja noch ein zweites Vierer. Also. Zur Not können wir das dann auch noch nehmen. Jetzt ist mal ruhig. Ich bin jetzt. Shit, man hat er mich ausgeflankt Nicht am Tisch hängen bleiben, bitte Nicht wieder wegen Irgendwelchen Kleinigkeiten hier sterben In dem Game, irgendwelche Bugs oder Sonstiges, bitte nicht Brauch ich nicht So, wo ist der Typ, der jetzt hier in dem Wald war? Ach, da ganz hinten, okay Das ist derselbe Typ Der ist tot Ganz da hinten wird auch noch gesniped In dem Turm wahrscheinlich Der ist hier mega offen Da ist er Ah, er ist tot Letzten Moment noch ausgewichen Kein Kopfschuss Oder er hat einen Dreierhelm wahrscheinlich Ich glaube, der hat einen Dreierhelm Eigentlich war das ein Kopfschuss Come on Shit Na, ich bin tot Na, wie fühlt sich die Zone so an Wenn die gleich kommt hier Wenn du rausrennen musst Dann hole ich dich Du Arsch Er kommt nicht Ich glaube es ja nicht Ach doch, hier vorn Was zur Hölle Wieso ist denn der schon da? Ist in der Zone drin, oder? Ah, er wird abgeschossen Ich glaube, er ist tot Ich glaube, er ist tot Hier liegt einer Ich bin wahrscheinlich auch gleich tot Unten muss irgendwo einer sein Ich denke mal an dem Stein Oder der konnte den Typen mir abknallen Oh mein Gott Oh mein Gott Da liegt er Keine Kopfschüsse Liegt da noch einer? Ach nee, den habe ich gerade gekehlt Langzeitgedächtnis-Budel Meiner Alles meine Kehlt hier Jetzt mal ganz ruhig, ja? Alles meins Alles meins hier Ah, ich bin noch in der Zone drin Ich glaube, die sollte ich so halten Die ist, glaube ich, ganz gut Jetzt müssen wir das Ding nur noch nach Hause fahren Oh, come on Oh, come on Oh mein Gott Gottes Willen trifft er nicht Gott sei Dank trifft er nicht Oh Oh, der hat ein Dreierhelm Machen wir automatisch mit der Ska Oh, okay, das war Wir haben beide gefehlt Oh mein Gott Oh, das war so ein harter Fail von uns beiden gerade Aber er muss zuerst, glaube ich Oh, das war so ein harter Fail gerade Hab ich eine Nate? Nee, ich habe eine Smokes Er hat sich selbst angezündet Wie gut Oh mein Gott Drin, mein Freund Drin Jetzt kommt die Zone und wird sich erledigen Da kann ich ja hier außerhalb der Zone stehen bleiben Ja, die Zone kommt, mein Freund Die Zone kommt Ja, wer kann sich mehr heilen, ne? Wer kann sich mehr heilen? Oh Schade 15 Kids wären das gewesen Aber ich dachte, wir machen es so GG Wir haben es Schicke Runde Definitiv Fand ich gut Fand ich gut Das war's 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 Das war's